hallo und herzlich willkommen liebe leute auch wenn ihr vielleicht gehofft habt der würde sich nie zeigen oder euch das überhaupt nicht interessiert ich bin Jumonja das bin ich das ist jetzt das erste mal wo ich hier vor der kamera stehe bisschen was ausprobieren das mache ich jetzt ja obwohl das hier ein vorstellungsvideo ist erzähle ich nichts über mich auf meinem kanal habe ich ja schon ein bisschen gefilmt so ein bisschen auf fan treffen wo ich war war immer wieder ganz lustig und ja ich werde einfach weitermachen worauf ich lust habe und dazu muss man einfach mal ein bisschen was erzählen habe einige nette leute kennengelernt die mich motiviert haben deswegen mache ich das ich wollte einfach mal ausprobieren bisschen hier auf youtube rumzulabern vielleicht gefällt es euch ja vielleicht habe ich euch schon ein paar videos von mir angeschaut ich mache ja noch gar nichts ich habe eigentlich bock auf filme aber mal schauen ist immer so großes event muss ich mal schauen was da alles draus wird und ja ansonsten wenn das nichts draus wird labere ich einfach weiter so wie hier jetzt was gibt es ja mehr zu sagen gleich wird man wieder albern ich bin gerade in die brennessen gefallen und es brennt ein wenig ich weiß nicht was in zukunft kommen wird heute zum beispiel habe ich ein paar foto gemacht also heute eigentlich nur eins aber ich mache auch so manchmal ein paar habe ich auch auf meiner facebook seite na ja momentan er nur zwei oder drei muss ich mal schauen wie wo ich meine fotos dahin vielleicht mache ich auch videos draus wenigstens mache ich was ja motiviert mich geile aufforderung grüße meine lieben untergeben an alle von euch dieses wiedersehen ich möchte an dieser stelle einmal für die nachwelt und für immer festhalten new munya ist wie wir alle wissen einer der schönsten intelligentesten und bescheidensten menschen auf dem ganzen planeten guter witz und aus diesem grunde verlange ich von euch allen dass ihr das nächste mal wenn ihr ihn seht und anfasst macht ihn an irgendwo er mag das auch während er schläft ein bisschen sehr komisch aber wir können es probieren und ja ihr könnt mir auch die ganze zeit schreiben ich freue mich darüber ich dachte erst das wird nichts hier mit dem video aber anscheinend ist es doch was geworden hause rein leute ich muss jetzt aufhören das wird mir zu viel hier ich wünsche dir auch einen schönen abend die kenne ich nicht von pizza die kenne ich nicht von pizza